Hier ist die Badeanstalt. Das ist der Hafen mit den ganzen Hafenkneipen. Wo wir gestern Fußball geguckt haben, Spanien gegen Portugal und Portugal ist raus aus der EM 2012. Das ist nicht nur Kinderbahn. Wir haben ein Schreif Blue. Wir haben eine Schreifung. Das ist die Schreifung. Ich schrecklich. Er ist die Schreifung.